Hayari, immer bereit? Always. Schwester oder Bruder? Bruder. Welcher Song muss beim Warm-up gespielt werden? Money in the Grave von Drake. Sing mal. Kann ich nicht. Heiß oder kalt duschen? Kalt duschen. Nike oder Adidas? Nike. Lieblingsort in Essen? Na hallo, Sportpark. Letztes Finale, Golden State oder Toronto? Toronto. Dribbling oder Pass? Dribbling. Pudding mit oder ohne Haut? Ohne. Wie schaust du, wenn du im Lotto gewonnen hast? Danke. Bitte.